hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft trust and betrayal mit dem darkhunter mit der nancy geeks gehört und den maru hallo hallo in meiner wenigkeit so wenn du m drückst bist du ja oben links bei help da gibt es ja so eine keys hast du da schon mal was durchprobiert alles underground map mode oder sowas das habe ich auch schon was da schon probiert ja ja was hast du mal dimensionen stehen der dimension das ist bestimmt das weil das okay immer noch 0 naja ist richtig eigentlich nur ist richtig ich hab's auch auf 0 bei 2 und 3 und so weiter kann es ja mal versuchen wenn du drei und vier und so weiter eigentlich vielleicht ist ja bei dir woanders glaube ich 0 ist eigentlich richtig was ist das denn ach so dass das ist das nether das ende dimension 1 das ende wenn sie und zwei weiche anscheinend noch nicht vielleicht ist es mal der monte oder so oder an dimension 0 ist eigentlich die normale map ich habe mir gerade auch keine fackeln also ich stehe auf dem kohle vollkommen polizei in der tasche richtig ja das ist echt doof nein was nein ja nein das ist nicht okay ja ich weiß nicht keine ahnung ich wieso nicht was man damit noch einstellen kann das komische ist die ist ja komplett was schon seit erfolge eins bei dir so schwarz was hast du für ein texture pack da ist so text hat ich für ein ding ich hab's fax so abbetten das hat doch jeder naja weil es ist im prinzip ja okay aber ich will ich jetzt nicht wirklich jetzt hier nicht von aufnahmen das geht ja nicht darum wenn die map halt bei mir nicht geht habe ich halt jetzt erst mal kurz ich will 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 hier gerade stumpf rum also was zurückkomme durch die gegend und sammel basal ja also wie du siehst wir können reden ja eben so okay dann ich werde mir auf jeden fall erstmal die richtige muni kräften jetzt kurz ja du wolltest mir deine muni geben ja das kann ich den fall machen leute ich bin fertig juhu zwei folgen und ja nachgeladen nice oh und geschossen gleich okay das sollte man das buch happy smelting zu suchen muss ich mir doch mal hier ein monster suchen basalt basalt lava bin juckt's die lava fließt die lava fließt ist doof okay nennen sie dann sag mir einfach mal deine koordinate wo dein haus ist ich glaube die es gerade timeoutet oder nein dann war es da kannte äh mein haus ist bei koordinate 1592 201 881 1000 hoppala 1592 die letzte zahl nochmal bitte 881 naja ok ich denke das sollte genug basalt sein fürs erste wir brauchen den kopf wir brauchen das und dann brauchen wir noch das und dann holen wir das mal her den kopf haben wir schon wir haben den spine ding nями nями da na 不 ist gecrasht. Der hat sie gut. Haut nicht gut an. Ja. Solange die komplette Aufnahme ja nicht zerstört ist, sollte sie auch kennen. Das ist dein Hose? Sollte das ja kein Regelverstoß sein, ne? Manu? Amaru? Da hast du ja nichts zu gemacht. Darf ich schreien, Nancy? Hm. Hallo. Ja, das ist noch nicht gebaut. Ein Problem ist, wenn du was gemacht hast, was dann weg ist. Nee, also die Aufnahme ist weiterhin da. Also ich kann sie reparieren. Das ist ja kein Ding. So, was geht? Hey, was geht? Ah, schon lustig. Mac-Manual, was sagen wir dann? PC-Crash. Ich hab erst im Prinzip erstmal mit dem Lager. Das ist noch nicht das Lager hier hinten. Hinten ist anscheinend ein Dingens. Aber lass mal zu. Da kommen dann nicht diese... Ich mach nichts. Keine Angst. Da muss ohne Licht und so. Ähm. Oh, da. Hier sind die Furnässe, okay. Ja, das ist, weil ich jetzt eine Etage tiefer gebaut habe, deswegen. Ah, okay, hier geht's. Ah, ah, uh, äh. Das ist das Lager. Na, hab ich los in den Packen. Jetzt weißt du warum. Darf ich reingucken in die Kiste? Ich nehme nix raus, versprochen. Ja, ja, machen wir. Und da ist die Kiste leer. Darf sie eh nicht. Okay. Ist das eine private Kiste? Doch, wenn die dir erlaubt ist, darf man eigentlich auch alles rausnehmen. Nein, aber um Gottes Willen. Soll ich nie machen. Würfte er. Okay. Mal schauen, wo ich jetzt stehe. Ah, Donation Station. Gold, oh, wie viel Gold hast du? Ist ja krass. Iron. So, ich bin wieder drin. Ja, nachdem mein PC ja so toll gemacht. Wir haben wirklich für alles eine Kiste gemacht. Ja, weil es sonst einfach nur sinnloses Durcheinander ist. Nancy hatte lange Wacke. Ne, hatte ich nicht. Oh, die Diamanten. Also. Okay. Ja, genau. Lass es lieber liegen. Ich sag, nein. Ich gucke meine Aufnahme. Ich würde nie was sagen. Wir sind alle mit Tinte gemarkert. Oh, was ist das für eine Spritze? Äh, ich glaube, die obere, linke, ist die aktuelle, was wir jetzt an gehen haben und die unten, da fehlt irgendein Gen. Ich hab das mal eingesammelt. Ich weiß nicht, was da fehlt. Einkaufen. Ja, das Einkaufen fehlt. Nancy, du hast zweimal Iron. Äh. 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 Fang von vorne an. Ja, nee. Das ist, ja, du hast recht. Gremskrams. Okay, was gibt's? Gremskrams. Aha, aha. Gremskrams. Was machst du mit einem Redstone? Was willst du mit einem Redstone-Repeater? Weiß ich nicht. Ich hab den irgendwann mal eingesammelt und wahrscheinlich vergessen rauszunehmen. Halt da sein können, du hast irgendwas vor dem. Pläne. Ne, noch nicht. Geheime Pläne. Ja, geheime Pläne, wie immer. Außer. Ekelhaften grünen Stein erstmal wegmachen hier. Wär jetzt erstmal schön das Lapis nehmen und wär mal schnell noch ein bisschen mehr Glück auf meine Spitzhacke draufknallen. Beep. So. Ich hab wieder 26 Brote gemacht. Juhu. Reicht. So. Ich hab die 1,40 A3. Ich hab die 1,40 A3. Ist ja Wahnsinn. Ja, wenn du eine brauchst, kannst du eine nehmen. Ehrlich? Oder zwei. Ich weiß nicht, wie viel brauchst. Oh, eine würd ich mir nehmen, danke. So. Sein Luggage ist ein neues Zuhause suchen. Wo hast du die ganzen Bücher her, hier? Wir haben das Ende gesucht. Ja, wir haben einige Bibliotheken ausgenommen. Ah, okay. Mac Manus, wo finde ich denn dich für die Munition? Darf ich auf meiner Spitzhacke? Weißt du, wo denn dieses Haus ist? Rainforce mit zwei drauf, Auto Repair, Haste und Luck. Wo bist du? Komplett. Ich kann gerne mal zum Nether kommen, wenn das in der Nähe ist. Ja, treffen wir uns am Portal. Ja. Ich bringe meine Sniper mit. Jawohl. Press E to open your inventory. Achievement get. Oh, geil. Ich hab ein Achievement bekommen. Boah. Krass. Mauro, was empfiehlst du mir? Ich will jetzt diese Axt hier machen, weißt du? Welche? Welche? Die Abbau-Axt. Ja, ja. Was soll ich da am besten verwenden für Material? Was ist das Beste? Cobalt. Cobalt. Ah, das ist sehr rar. Ja. Ganz toll. Das ist nur im Nether. Ui. Achso, deine auch daraus gebaut oder was? Achso, deine auch daraus gebaut oder was? Ne, meinst auch Bronze. Reicht, reicht. Aber Cobalt ist das Beste. Wann ist das Beste? Danke. Bitte? Ja, ne. Ich brauche es nicht. Bronze. Bronze ist sehr haltbar, ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Aus Copper und Zinn. Das kriege ich hin. Oh, cool. Was denn das? Ich muss erst mal anfangen. Copper. Cool. Hier steht eine Statue der Spielpirat. Ja, es sind viele Statuen vom Spielpiraten hier rum. Wie geht denn das? Wie hat dann die gemacht? Komm wir mal mit. Kannst du bauen. Kannst du bauen? Kannst du bauen? Mit irgendein Ding kann das Statuen bauen. Okay. Statues. Da haben wir wieder nur... Hm. Statue, Statue? Statue of the Goodies? Ne, ist wahrscheinlich nicht. Kann keine goldene Schwerter einschmelzen? Warum nicht? Ups. Ich meine nicht? Nö. Ich habe versucht, die Goldschwerter reinzulegen, die ich gefunden habe im... Ich treffe dieses scheiß Skelett nicht. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen wollte. Aber lass mich das nicht. Kannst du ja einfüllen. Zack. Ui, zwei Schüsse ist die Spinne tot. Nice. Ja. Wenn ich die treffen würde, wären sie glaube ich auch nach zwei... Oh, da bist du ja, wa? Ja. Ich wollte... Ich wollte nur noch Kloster besorgen. Bitte nicht auf die Flederbox. Oh, so. Dann habe ich schon. Ähm... Oh, ich weiß nicht. Warum? Ne, ich brauche sehr viel Kloster. Okay. Was machst du denn du, um Gottes Willen? Ein Lagerraum, aber der ist so hoch, der räucht los schon oben. Weil die ist schon scheiße aus mit Fackeln. Okay. Maru, darf ich kurz zu dir kommen? Wegen... Wo bist du? Also, deine Koordinate müsstest du mir auch mal sagen. Über den Sporn hochfliegen. Nein. Aber über den Sporn einfach hochfliegen. Ne, das ist es nicht. Ja. War das der denn? Könnte dir auffallen, aber vielleicht auch nicht. So. Schüssel. 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 So, ich habe die ganzen Magazine schon verschossen. Haha, nein, oder? Ich habe selber noch ein paar. Ich wollte Zombies jagen. Das hier. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ein rotes Haus. Genau, den brauchen wir. Okay, hier sind nur blaue Häuser. Einfach kaputt machen. Bis nur noch rote Häuser übrig sind. Maru, am Sporn hochfliegen, da sind jetzt hier alles blaue Häuser. Eins einfach das rot. Das ist das rote Haus. Das ist das rote Haus. Gut. Das rote Ding ist zwar jetzt inzwischen unter dem Dachboden, aber... Vielleicht die töten Zombies? Ja. So eine Etage aus Obsidian gut aussieht, oder ob das scheiße aussieht? Ne, Basal, das ist billiger. Ne, Obsidian ist ja kein Ding. Haben wir ja hier so einen Obsidian Generator. Ja, aber wenn du es zwar baust, ist Obsidian nervig. Das stimmt. Das stimmt. Da muss man halt aufpassen. Ah, hier hüpft jemand rum. Da ist der Maru. Krass. Ne. Ah, die hat eine Hubschraube auf dem Kopf? Die haben vieles auf dem Kopf, ja. Oh mein Gott. Cool. Ich bin mit den Stonebricks, hm. Sieht herzlich aus. Das ist mein Baumwollfeld. Ja, cool. Da ist jetzt 5 Volt daran, in mein Lager kannst reinkommen. Mein Lagerraum. Hier ist ein Creeper vor deiner Tür. Achso stimmt. Du kannst keinen Creeper töten. Du bist noch nicht immun gegen Creeper. Warte. Creeper. Au. Ist mir hier die Spinne auf den Kopf gefallen. Rein. Hm. What the fuck. Äh. Muss ich in den, weißt du, in den Part, in den Part Builder, ne. Wenn ich jetzt nicht das Heat Pattern von der Axt da reinleg, aus Holz, ne. Was wir da gemacht haben, ne. Ja. Und die einfach hier zu benutzen. Was muss ich da als nächste, was muss ich daneben dann für Material tun? Weiß ich mal menschlich. Ähm. Was entweder du hast Sachen, die auch aus Blöcken funktionieren. Das heißt Stein oder Holz. Okay. Jetzt kannst du mir die Spritze wiedergeben. Okay. Also reicht Stein in dem Moment aus, oder was? Jetzt kannst du in jeder Form fliegen. Ähm. Du könntest auch Stein reinpacken, ne. Das ist richtig. Äh. In dieser, in der Form kann ich immer fliegen, oder? Jetzt kannst du in jeder Form fliegen. Immer? Oder ist das irgendwann weg? Nö, nö. Bis du stirbst. Sag mal. Warum ist denn eine Höhle unter unserem Haus? Was ist denn das für eine Kacke? Ah, hier ist eine Höhle drunter und ich wollte hier gerade ein Lagerhaus hinbauen. Und du bist vorher eben wohnen und du kannst unter Wasser atmen und brenst 30 Prozent schneller. Es muss das eigentlich Flankstorm sein. Cool. Äh. Ja, Blankstorm brauchst du, also normalen Stein brauchst du für die, oder halt Holzblöcke. Ich wüsste gar nicht, dass diese Alu, äh, dass diese Aluminium Wire hier von Galacticraft, dass die mit den, äh, Blankstormen kompatibel sind. Ja, ja. Aber dadurch ist auf jeden Fall der Generator hier unendlich durch diese Wire. Wie? Unendlich? Die haben keinen Verlust. Deswegen kann der quasi, äh, Lager produzieren und es hat ja noch genug Strom anzubleiben. Ah, cool. Nice. Uncool. Also, dass hier eine Hülle drunter ist. Wie kann man nur, äh, äh, auswählen mit wel... Warte mal. Ich guck mir das nur mal an hier gerade. Äh, also in der Smelvery, was muss da unten, also mit dem Material, mit dem ich quasi benutzen möchte... Das ist gerade unten. Okay. Darf ich in die andere... Oh cool. Da sind nur Kisten drin. Äh... Darf ich in die andere Tür? Kannst du da reingucken. Achso, Mario. Ich stehe das aber gerade nicht. Das ist nicht drin. Ach, das ist nicht drin. Okay. Aber wenn du, wie gesagt, hier Bronze haben willst, dann habe ich doch Kopper und Zinn. Das ist jetzt schon in der Smelvery. Wie wähle ich dann Bronze aus? Das ist diese... Da vermischt ich das doch. Da hast du so ein Dreier-Ebenen müsst dann haben. Eine Kupferhalzebene, eine Zinn-Ebene und eine Bronze-Ebene. Du musst das Bronze anklicken, dann ist das ganz unten. Also, ich bin jetzt noch, äh, was bin ich noch? Immun gegen... Äh, Keeper. Ah, okay. Hab ich, okay. Okay. Also, geh nicht hoch. Bin ich feuer-immun? Ja, du kannst durch Lava schwimmen. Cool. Geht das nicht? Ach, du grüne Neune. Das wird ja riesig. Warte mal, das kann ja Gold sein. Dass ich dich verstanden habe. Ach, Mann. Das wird riesig? Das wird ja riesig hier, dein Lager. Ja. Es wär... Eigentlich wollte ich dann quasi das Lager, was ich drei Ebenen hoch mache, und dann in meinen Schmiede eben drüber setzen oder so. Cool. Geht vielleicht gar nicht, oder? So, ich geh jetzt auch Haus bauen. Ich seh alle, ihr habt so coole Häuser. Also, ihr habt alle so coole Häuser. Deswegen, ich muss jetzt auch mal weiter bauen. Weil, am Haus gebaut haben wir noch gar nicht so richtig. Ah, da oben bist du quasi gleich, okay. Du kannst ja direkt auf mich hinabschauen. Ist gar kein Gold mehr drinnen, nennt sie. Da muss ich ja, wenn ich durchgehe, die Vorhänge zuziehen, Mensch. Ja. Kann ja voll reingucken, der Maru. Banatte. Kann ich das? Habe viel anderes zu tun. Ich guck da nicht hin. Ja, ja, ja. Das sagen sie alle. Wie kriege ich die Form dann aus dem Casting-Table raus? Ich hab jetzt Gold drauf gegossen und es geht nicht raus. Oh, oh. Dalu, nachdem müssen wir uns jagen gehen wieder. Hä? Hallo. Dalu, Dalu und Dalu. Dalu, die Dalu und Dalu haben gerade gerückt. Also, was war's jetzt gemacht? Ich hab jetzt hier Gold drauf gelassen auf meinem Axt-Kopf, damit ich diese Pardon machen kann. Und jetzt ist das ein Casting-Table und ich krieg das nicht raus. Weiß einer, was Dalu und Dalu und Dalu und Dalu und Dalu und Dalu haben, dürfen die uns angreifen? Ja, ja. Achso, angreifen sowieso. Wir sind ja die vier, ne? Ja, also wir dürfen aber auch, also wir dürfen die auch direkt angreifen. Ah, wir dürfen die direkt angreifen, okay. Ja. Wollen wir die jagen? Ja. Hab gerade zu tun. Ich bin leider nicht in der Ausrüstsituation, wo ich die jetzt jagen kann gerade. Okay. Wie krieg ich das jetzt aus dem Casting-Table raus? Du hast jetzt was gemacht. Das war, als wäre meine Antwortfragen noch nicht beantwortet worden. Ich habe jetzt das Gold auf diesem Kopf drauf gegossen und da entsteht ja jetzt hier diese Form. Rechtslipple einfach. Ja, es geht aber nicht. Dann hast du nicht genug Gold reingegossen. Warte, ich bin auch kurz vorbei. Das war die Antwort, okay. Reicht schon. Wenn sie schnell sich blöd an, läuft. Ach, Quatsch. So, warte mal. Ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich, dann müsste ich ja jetzt echt mal, dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich jetzt hier weiterbauen könnte. Habt ihr die Türen oben zugemacht? Dann muss ich diesen Quark immer abreißen jetzt. Ich muss das hier. Und Zombies rein, oder was? Nee, aber die können rein, wenn die Tür auf ist. Dürfen sie nicht, in der Hause dürfen sie trotzdem nicht rein, egal ob die Tür offen oder zu ist. Okay, ich darf schon. Ich weiß nicht, wenn die Tür drin wäre. Okay, Freund. Hm, was könnte man hier anstellen? So oben drauf könnte man eigentlich. Okay. Okay. Stolen anders aus, als was ich vorher hatte. So langsam, du blöder Schmelzofen. Du stinkst nach Maggi. So. Hart. Ja, und nach Hartz und Käse gleichzeitig. War das hässlich, dass... Wo hab ich denn eigentlich die Bücher hingetan? Ja. Bin ich grad eins sortiert? Ist das auch irgendwo dran, vielleicht, oder so? Bücher? Tut's. Ach, tut's. Alles klar. Logisch. Und wie viel kann man hier machen? Echt mehr als 30 Level? Ja, ja. Klar. 60 oder was? Aber alles, was über 30 Level geht, finde ich immer, ist... Ich würde... Ich würde es nicht machen. Ich würde sogar sagen, zumindest, bis du deine Protection hast, würde ich erstmal nur Level 1 enchanten, dass du Protection halt einfach nur die Bücher zusammenklebst. Effizienter. Ja, auch ab Level 30 ist es ja, glaube ich, auch so, dass die Level viel, viel langsamer steigen, ne? Ja. Das heißt, es wäre eigentlich besser, wenn du Level 30 irgendwas enchantest und dann quasi wieder bei 0 anfängst, weil es dann schneller geht. Und was hat der Unterschied? Es gibt einen Enchanting Table, es gibt einen LXP Enchanting Table. Ja, das ist Liquid XP. Und es gibt einen Auto Enchanting Table. Ja, du kannst dir ja quasi eine Auto XP-Farm bauen, dann kannst du auch automatisch Bücher enchanten lassen. Genau. Ach nee, ja, gut, das würde ich jetzt nicht. Ja, das brauchst du eigentlich auch nicht. Ah, scheiße, ich habe kein Obsidian. Die da sind alle gerade safe, ihr seid nicht irgendwo draußen, wo ihr jetzt abgestattet werden könnt. Na doch, ich baue heute hier gerade am Haus, das ist das Problem. Ja, dein Haus ist safe. Achso, in der Safe-Zone bin ich ja klar. Was habe ich? Obsidian? Ja, nee. Muss ich mir noch bauen. Wir hätten Obsidian so einen Generator. Hier fliegt eine Fledermaus gerade rum, Moment, wer ist denn das? Was? Wir sind keine Fledermäuse. Ja, wer ist denn das? Hallo, da werdet ihr eben ist, der hat sich diese Folge. Müsst ihr mal ran, kurz. Will mal wissen, wer das ist. Okay, die sind jetzt hier in einem roten Haus. Ja. Nance, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Oder wie wenig Zeit, sag ich mal? Warte mal, ich will wissen, wer das ist. Wo ist jetzt die Fledermaus? Wir haben jetzt 19 Minuten weg. Okay. Okay, jetzt schau ich mir noch ein bisschen was. Hier ist Wasser direkt über mir. Ist jetzt auch, war auch uncool. Achso, das ist hier das von der... Huch. Also, bleib weiter, hätte ich nicht graben dürfen. Du musst aufpassen, wenn du einmal über die Safe Zone gehst. Warte mal. Schreib mal. Na, willst du einen Falk? Willst du einen Lolli? Willst du einen Lollipop haben? Ja. Das sagt doch Talo nicht. Nein, sagt mir mal. Was ist der Lorsch? Theoretisch müssen wir jetzt hier Dings hinterher und dann... Scheiße. ...in meiner Weise angreifen. Ich hab noch gar keinen Prongs der Hände gegossen. Schnell Lorsch. Ich kann da ja nicht mitmachen. Aber jetzt hab ich das Prinzip des Mörserieb kapiert, Leute. Jetzt hab ich's... Sehr schön. Nen, sie hat es ins Gehirn geschafft, ja. Kannst du gar nicht fassen. Also, wenn jemand ne... Also, für die Axt hab ich auf jeden Fall jetzt dann alles da, falls jemand eine gießen muss. Das Problem ist, dass Talo auch schon sehr, sehr... Dass Talo auch schon viel aufgenommen hat. Das heißt, der ist auch definitiv viel besser ausgerüstet wie ich. Als du bestimmt, ja. Also, als ich... Ja, wir könnten dich theoretisch irgendwie jetzt ja ausrüsten, wenn wir nen Fight haben will, denn wäre das nicht das Problem, glaube ich. Ach, das war schon mal cool. Hast du schon Rapier? Ja, ja. Ja, der hat er schon. So, weil Spielpreis hat mir seine Rapier vererbt. Verdammt, ich wollte eigentlich gleich in deinem Messer gehen. Jetzt trau ich mich das nicht mehr. Wie, wie konnte man... Was fehlt noch? Wie konnte man übrigens noch mal seine Waffe umnehmen? Aber was... Ja, oder halt eine Toolstation. Theoretisch könnte man ja Dalo... Oder könnte man ja im Blauen in den Hinterhalt locken, weil er will in den Fight. Und wir sind zu viert. Wenn man bei der Tool-Forge jetzt den Namen eingibt, ne? Wäre zwar fies, aber so ist das Game. Ich glaube, der Anu wird es nicht anders machen. Hey, what the fuck. Da schießt du ja mit Pfeilen. Nein. Wie geht das aus? Voll. Ähm, wo genau kann man noch mal seine Waffe benennen? Ähm, wenn du sie... Da, wo du die auch die Dinger draufpacken kannst, wie die Jast und sowas. Okay. Wenn ich da oben jetzt nen Name eingebe... Ähm, genau, genau. Dann? Einfach reingeben und dann kannst du was raus... Du ja rausnehmen. Musst du vielleicht was draufpacken dafür. Ja, muss man was draufpacken. Ähm, wenn ich zum Beispiel ne Eisending einfach draufpacke, dann passiert da nix, oder? Oder ein Stück Stein. Ähm, ich wusste, nein. Ah, das geht auch gar nicht. Brauche ich noch mehr dafür. Ist ja doof. Ach, jetzt lass ich Karten dann machen. Genau. Karten regelt das. Aber jetzt geht das wieder nicht, obwohl ich Gold unten dran stehen hab. Äh, Maro, was hat das jetzt genau zu sagen, dass jetzt quasi die Hälfte meiner... meiner Herzen, äh, orange sind? Das ist die zweite Reihe. Ja, die nächste Reihe Herzen. Das sind extra Herzen. Ah, cool. Hat er so viele bunte Farben. Du hast die... Du hast die roten und dann hast du halt die orange. Das ist die zweite Reihe. Was ist die dritte? Weißt du schon einer? Gelb, glaub ich. Gelb, ja. Ach, so ein bisschen. Ich hatte ja mal ausprobiert, dass wir sie nicht machen durften, das also im Privat. Er hatte Karten, dass ich auch probiert mit 400 Herzen oder so dann irgendwann, aber der hat doch nur Goldene gehabt dann. Nee, nee, die werden dann irgendwann weiß, die Berge, die Schneeberge und sowas. Okay. So. Mit was kann ich die jetzt am besten ausschmücken? Mit was kann man die Luckage einsammeln? Oder wie? Rechtsklick, glaub ich, ne? Oder linksklick oder shift-rechtsklick. Oder shift-rechtsklick. Ah, okay, super. Danke. Ein, äh, nennen sie was für ein Fahrrad dein Lagerraum so? Versteh ich nicht. Welches Material du benutzt hast für die Wände und so? Oder ist das ganz normal ein Stein? Deine Moment, äh, weil, was wär's, als du im Lager hineinlendern? Ich, ich such gerade irgendein tolles Material, aber, ich find's mir noch nicht tolles. Ja. Schiesel dir doch irgendeinen Stein oder Holz. Also das find ich, äh, bei Maru den Stein, die ist ein Schüssel, den find ich cool. Warte, warte, ich muss mal, Maru, erstmal kurz ablegen. Hier ist wieder mit mehr Müll füllen. Ich hab' noch nicht angefangen mit den Schüssel-Gedönster, das muss ich auch erst noch machen. Und, das ist ja nicht schwer. Jetzt brauchst du einen Schüssel aus vier Eisen und einem Stick und dann hast du's fertig. Wer fliegt dir rüber? Wer fliegt dir als Füttermausbau in meinem Haus? Ich habe gerade, Julias, ne, Schigos Haus angebuddelt. Da ist jemand. Was denn? Hat er einen Schein? Gegner. Wo? Die, der kann ich nicht an, oder was? Oh Gott. Die könnte ich doch gar nicht angreifen. Na doch, der ist doch nicht das Selbstzunehmen, das ist doch ein Balkanshaus, das ist keine Selbstzunehmen. Bist du angegriffen? Ja. Dann zieh hier her. Nein, nein, ich hab nur die erste Reihe verloren. Ah, dann komm schnell her hier. Oder sag, wo du bist. Wir... Nein, das wollen die nur. Ich darf leider nicht mitkämpfen. Hallo. Warum nicht? Weil wir festgelegt haben, als wenn wir nicht gegeneinander kämpfen, außer wenn es halt darum ging, dass wir, äh... Jetzt so mitten kann, natürlich greife ich mit an, aber ich kann jetzt nicht hingehen und jagen. Dafür zuschauen. Gut, aber er hat ja uns angegriffen. Ah. Lass doch über mich, ich flieg aber zum Haus zurück, freigerweise. Nichts, du bist im Haus, bist du safe. Aber warte mal, ich leg jetzt mal alles ab. Der Typ hat mich im Vorgarten angegriffen. Penner. What? Vorgarten? Ja, der kleine Vorgarten, ja. Mann, jetzt kann ich hier nicht mehr rausgehen, weil der Penner mich angehebt. Das ist eine Sau, ey. Warte mal, warte mal. Ist, äh, bist du... Ist er alleine? Ja, er war alleine. Ist er noch da? Ist eine Fledermaus, ich weiß nicht, ich bin drin, ich muss mich auch ganz kurz mal zur Fledermaus machen. Ich werde jetzt so oft gesehen. So, Maru, jetzt habe ich alle Einzelteile für das Ding fertig gemacht. Da, du kleiner Penner, jetzt komm her, jetzt will ich dich aber töten. Was? Was heißt denn, Nancy? Jetzt habe ich die Teile, die vier Teile für die Axtzone. Wo knall ich die jetzt rein? In die Tool Forge? Ähm, genau, in dieser Tool Forge, diese Metallblock, da kannst du ja auswählen, so ein Rezept links. Du musst das auswählen, dann die Knöpfe da alle reinpacken und dann kannst du sie rausnehmen rechts. Ah, okay, genau, so war das genau. Danke. Komm zurück, Dad, ich will dich mal töten. Ich habe total unvorbereitet. Oh, Spaß, ich habe meine erste Lampe Axt. So, und was kann ich jetzt auf die draufknallen? Am besten. Ich würde halt entweder Moos oder Maragd draufhalten, dass mir das Dingelang erhält. So, wo bist du? Maragd ist für was gut? Äh, bei Cardens Haus. Vor Cardens Haus. Und wie kriege ich, äh, also Rain Enforcement ist die ja schon, ne? Äh, ein, zwei, aber du brauchen sie benutzt. Ach, mal, so ein Schisser. Schade, jetzt habe ich alles abgelegt. Ich war, war echt dazugekommen. Ne, ich wollte, ach so, der hat meine Rüstung kaputt gemacht. Weiß nicht, ob ich so einen Schaden bekommen. Ach so, ne, er hat ja auch einen, äh, einen Rapier. Das heißt, seine Rüstung ist sowieso Schnuppe. Naja, trotzdem. Kann man, was kann man sonst noch aus Exo, äh, die Exo Rüstung noch? Diamant, äh, ich habe noch hier die Beine, du kannst, mein Kopf ist kaputt. Der kannst nur den Kopf, den Kopf ist kaputt, dein Kopf kann ja gar nicht kaputt gehen. Ne, ich habe keinen Exo Kopf, ich hatte es nur Diamant. Ach so. Was ich frage, ich habe, was man so schön ist als Exo kaputt, äh, was Exo, du kannst, auf Exo kannst du Schaden drauf machen, Geschwindigkeit, HP, Panzerung, alles halt. Schick. Waffen wird es einfach nur so über, ah, Waffen. Exo Googles. Ja, aber 27 Minuten. Dann muss, da muss Karten mir mal helfen. Wollte ich bloß noch erwähnt haben? Ja. Und damit müssten wir jetzt eigentlich, ich nenne es sich frei von der Hutregel sein, oder? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, ich glaube, eine muss ich noch machen, da bin ich auch frei. Also das war jetzt meine dritte. Ja, genau, das ist unsere fünfte. Richtig. Aber so wird es auch zu machen. Okay. Na gut, Leute. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Bis gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.